Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 Showtime bzw. Legacy Challenge. Die Familie schläft gerade noch. Ich habe hier gerade die Meldung gesehen. Ich hatte ja die Idee, dass Keith mit Jamie Dozier zusammenkommen könnte. Und ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich es cool finden würde, wenn er sich in eine verheiratete Frau verlieben würde. Und das Spiel spielt mir jetzt gerade ziemlich gut in die Karten, weil hier kam gerade vom Story Progression Mod, dass sie Furby Avella, ich kann mit ihm machen auch mal, also nicht angefreundet, aber ihn hat er als Kind, glaube ich, mal gekannt. Jetzt irgendwie nicht mehr. Und die haben sich jetzt gerade verlobt. Und das spült mir jetzt gerade richtig gut in die Karten. Ich meine, die müssen ja auch nicht verheiratet. Vielleicht mache ich das auch gleich noch über den Master Control, dass sie wirklich heiraten. Vielleicht machen die es ja auch von alleine. Mal schauen. Ich finde, das passt gerade irgendwie relativ gut mir, also was ich mir so gedacht habe für Keith. Ich meine, vielleicht kommt er ja auch mit Joan zusammen. Wie heißt sie? Joan Cassidy. Mal schauen, was da noch passiert. Aber ich spule mal wieder ein bisschen vor, bis die Ersten aufwachen. Ich wollte ihm nur schon mal so Peintation geben, dass er schon mal duschen kann und sich was zu essen nehmen kann. Aber ja, ich komme dann gleich zurück, sobald irgendjemand wach ist. Okay, hier kommen gerade die Meldungen von wegen Leave the Teens Alone. Das Ding ist halt, dass ich ja mit Keith weiterspielen möchte, deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Keith ist übrigens gerade auch schon wach. Der nimmt gerade noch ein Bad und soll dann was essen gehen. Achso, und ich habe, weil hier gerade das mit der Schneeballschlacht kam, ich habe das ja im letzten Winter schon, also den Schnee abgestellt, aber dann ist er halt nie geschmolzen bis zum Frühlingarbeit. Deswegen schneit das jetzt hier nicht, weil das soll jetzt einfach mal eine wärmere Stadt sein. Also praktisch, dass das so ein bisschen wie L.A. ist oder Kalifornien, wo es halt einfach nicht schneit. In L.A. schneit es nicht, oder? Okay, ich lasse die beiden jetzt auch mal aufwachen, weil Zane ist eh jetzt ausgeschlafen, Tabby auch fast. Rechnungen. Und dann sollen die doch mal hier zusammen duschen gehen. Es ist übrigens auch Zanes Geburtstag. Zane wird heute zum Senior. Uiuiui. Und Tabby hat einen Gig. Warum geht er sich da jetzt Pancakes holen? Warte mal. Oder? Warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Wo macht man diesen Charisma-Kuss nochmal? Aber das würde ich ihn ja auch gerne machen lassen. Hier in der City Hall. Okay. Ich meine, er kann sich ja hier mal was zu essen holen. Soll einfach da was essen. Obwohl, dauert das länger. Na, können wir lassen ihn hier was essen. Und dann soll er hier einfach mal... Soll mal ein Cake Slice essen. Und danach kann er ja dann mal hier... Ein, warte mal, bei City Hall ist das. Und zwar Charisma-Klass. Oh, guck mal. Zasia hat ein Kind bekommen. Okay, die ist gerade zu Hause. Deswegen können wir es nicht sehen. Aber das ist die Tochter von Emily Alton. Also Tabby's... Wir sagen jetzt einfach mal beste Freundin. Ich meine, die Leiste ist ja, glaube ich, ziemlich voll. Ja, ich glaube, vielleicht nicht hundertprozentig voll, aber ziemlich. Achso, ihr habt noch nicht geduscht. Ihr fangt gerade erst an, okay. Und er könnte ja auch, wenn er geduscht hat. Ich schicke ihn mal hier hin. Ich schicke Keith... Er kann jetzt mal hier in dem Park, weil dann kann er sich... Achso, hier gibt es kein wieder niemanden, der verkäuft. Oh Mann. Um acht machen die eigentlich auf. Na, dann bringt es... Dann erst doch zu Hause was. Oder... Na, er kann ja auch hier was essen gehen. Ah, und Keith macht sich auf den Weg zu seinem Charisma-Kurs. Charisma-Kurs? Spricht man das so auch aus? Keine Ahnung. Wie warm ist es denn? Null Grad. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Er ist noch nicht los, oder? Nee. Muss aber auch noch auf Toilette. Dann würde ich doch mal sagen, sollen die doch mal gemeinsam dahin gehen. Und zwar... Eat here. Und zwar zusammen mit Tabitha und Zane. Und bis dahin... Wo ist Zane denn gerade? Da. Dann soll Tabby... Ähm... Vielleicht doch mal ein Kompliment machen. Oh, hier steht immer noch den Tisch. Vom Kuchen, na egal. Apropos... Ich habe jetzt mal Keith zum... Äh, Kennys Zimmer hier mal ein bisschen umgeräumt, dass das nicht ganz so nach Kinderzimmer aussieht. Und ja, sehr schlicht gehalten, aber... Hm, dann kann sie... Die Küpperlen können ja auch mal Hähnchen halten. Warum ist der Fernseher hier eigentlich an? Hat den irgendjemand angemacht? Naja. Okay. Keith ist fertig. Äh, was machen wir denn mal mit ihm? Ich will mal gucken... Oh, ja, sogar Level 2. Wie hat er das denn geschafft? Genau, der kennt die 25 Sim schon, was ziemlich gut ist. Wann hat er da schon einen Vorsprung? Ich habe keine Ahnung, warum er da jetzt schon auf Level 2 ist. Dann check ich ihn aber einfach mal hier in den Park. Vielleicht kann er dafür Tränkeld performen. Oh, und Zane könnte ja Kenny gleich dann auch mal das Fahnen beibringen. Was ist denn hier los? Kommt hier jemand ein Kind gerade? Warte mal, was passiert hier? Doch, irgendjemand bekommt hier gerade ein Kind. Ginny Root. Oh, das ist ja eine coole Effektmaschine. Die sollten wir mal benutzen. Dann soll er aber trotzdem einfach mal hier hingehen. Warum sind diese Konzessionstände hier, also diese Verkaufsstände nicht besetzt? Dann lasse ich ihn auch mal hier nochmal für Tränkeld auftreten. Oh, guckt mal, wie süß. Emily und Craig Elson sind hier am trotteln. Das ist doch goldig. Süß. Oh, Tabby. Na, obwohl, Stödy vielleicht gerade mal nicht, aber sie hat sie ja wahrscheinlich eh noch nicht gesehen. Deswegen performen du doch mal für Tränkeld und Kenny. Du, lern doch. Achso. Ah, die müssen erst rauskommen. Okay. Jetzt. Du, lern doch mal das fahren. Mal gucken, wer hier noch so ist. Ah, guck mal. Ich lasse, ich wollte gerade sagen, er könnte ja auch April auf ein Date einladen. Aber jetzt ist hier gerade Jamie, der ich vielleicht auch nochmal ein Umstelling geben werde. Aber ich hoffe jetzt mal so ein bisschen, dass sie vielleicht von alleine hingeht und ihm zuguckt. Ich warte mal ab, was passiert. Und mal gucken. Die beiden kennen sich ja auch noch nicht. Aber noch ist sie ja nicht fahren. Ich kann das ja auch noch cheaten, das Team. Also wie gesagt, ich habe kein Problem mehr. Oh, sie kommt, oder? Oh, bitte, bitte, bitte. Das wäre richtig cool. Oh, oh. Ich bin ganz aufgeregt. Oh, guck mal. Sie hat das Kind bekommen. Ein Mädchen haben... Ach nee, sie guckt doch nicht zu sich, läuft Schildschuh. Oh, wie wäre es denn die beiden einfach zusammen? Schildschuh läuft. Ich meine, das guckt ihm ja gerade eh niemals. Warte mal, das möchte ich machen. Ähm, wir machen mal Change Outfit Every Day. Oder nee, er kann auch seine Outdoor-Kleide. Oder man... Ihm ist ja eh nicht kalt. Mach mal Change Outfit Every Day. Und ich ändere mal ihr Outfit auch mal schnell. Oder ja, generell auch ihre Frisuren so. Mal schauen, was mir da so einfällt. Was mir da so einfällt. Was ich so finde schön ist. Okay, also ich bin mir nicht sicher, ob ich die Alltagskleidung jetzt... Äh, die Outdoor-Kleidung tatsächlich geändert habe. Weil sie halt ein Special Outfit anhat. Wegen den Roll... Also wegen den Schildschuhen. Aber ich habe jetzt trotzdem einfach erstmal das gegeben. Und dann soll sie ihn doch einfach auch mal mitskaten. Äh, Keith meine ich. Wow. Oh, guck mal. Wie sie mit ihrer kleinen Schwester da zusammen... Das ist auch irgendwie süß. Wie die zusammen Schildschuhe laufen. Oh, und beide fallen hin. Und da kommt Keith. Huch. Das ist die Zahl hier hinterher so verschwunden. Oh, achso. Ich dachte, er bekommt jetzt auch ein anderes Outfit an. Aber nur andere Schuhe. Kann man die Schildschuhe auch ändern? Weil sie weiße hat? Oh. Guck mal. Er fährt direkt hinter ihr. Wie süß. Oh, und er fällt gleich hin. Oh nein. Jetzt hört sie auf. Er macht mich wahnsinnig. Kann ich sie irgendwie bitten mitzumachen? Nee, oder? Oh nein. Das wäre jetzt so süß gewesen, wenn die zusammen das mit dem Drehen gemacht hätten. Warte mal. Wo geht sie hin? Dann, Keith, hör mal auf. Geh du mal hier hin. Und ich ändere ihr Outfit jetzt nochmal. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Also wie gesagt, weil sie halt dieses Schildschuh oder Rollschuh... Rollschuh-Outfit anhatte. Dann konnte ich ihre Kleidung nicht ändern. Oder mach ich es jetzt nochmal. Aus ihrer Frisur. Das ist geblieben. Okay, die Hose, die ich ja vorhin für die Outdoor... Also für die Rollschuh- oder Schildschuh-Outfit gegeben habe. Das gab es leider für Outdoor nicht. Aber naja. Und dann soll er sie doch mal begrüßen. Und das punkt direkt zwischen den beiden. Wie süß. Aber ich mach noch nicht flirten, weil er hat ja auch eine Freundin. Soll ich dich mal ganz kurz gucken, wie es bei den anderen aussieht? Oh, Tabby hat tatsächlich so ein paar Leute hier. Das ist sehr gut. Und wie sieht es bei den beiden aus? Die fahren hier noch. Naja, der braucht noch ein bisschen Übung. Das war jetzt natürlich sehr schau mit dem Charismakurs. Weil jetzt hat er direkt schon einen Bonus bei ihr. Man plaudert doch mal ein bisschen. Kannst du ja auch mal nach ihrer Karriere fragen. Und sie mal kennenlernen. Oh, wie süß. Also ich sage, oh, wie süß. Und es ist noch nicht mal irgendwas passiert. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob er sie schon mag. Ja, genau deswegen halt. Weil es funkt ja zwischen den Beinen. Und dass er sich halt so jetzt langsam in sie verliebt. Oder sie attraktiv halt findet. Eigentlich sage ich das nur, weil ich das gerne als Titel benutzen möchte. Ich meine, er mag sie. Also er findet sie ja attraktiv. Und deswegen. Vielleicht lädt er April dann trotzdem mal ein. Aber dass er vielleicht etwas nicht weiß, was er will. Oder? Mal schauen. Die sollen sich erst noch mal ein bisschen weiter unterhalten. Ich meine, sie muss ja auch nicht verheiratet sein. Mal gucken, vielleicht kommt das ja noch automatisch vom Spiel, dass sie ihren Verlobten auch heiratet. Oh, sie ist friendly. Cool. Oh, und sie ist auch ehrgeizig. Das heißt, sie haben da auch dieses... Kommt das hier auch? Ja, genau. Ne, doch. Talk about shared traits. Wer ist das? Alicia Ecker. Oh, sie ist in der Politikerjahre. Oh, die habe ich auch noch nie gespielt, glaube ich. Frag sie doch mal nach... Oh, sie sind schon befreundet. Wie cool. Frag sie doch mal nach ihrem Tag. Und wir können ja mal... Oder... Lohnt sich das noch? Ich weiß es nicht. Oh, dort habe ich jetzt aber viel verdient. Ich glaube, ich schicke ihn mal nach Hause dann. Oh, Kenneth ist schon auf Level 2. Sehr gut. Und bei mir kann sie doch bestimmt auch schon umarmen, oder? Ja... Friendly Hug. Genau. Wir lassen es mal dabei, weil er ist ja auch vergeben. Aber wir tun mal so, als ob er sich schon in sich verliebt hat. Und dann soll er mal nach Hause gehen. Oh, kann er April auch besuchen gehen? Ist April zu Hause? Das wäre natürlich... Nee, er ist sie nicht. Oh, Zane hat... Oh! Tabby hat ja einen Gig, den habe ich kaum noch vergessen. Upsi, ich war jetzt so auf Keith konzentriert. Und Zane hat Geburtstag. Oh wei. Naja, immerhin ist ja Dings da. Oh, der Gig fängt in einer halben Stunde an. Eigentlich wollte ich sie rechtzeitig hinschicken, dass sie früher anfängt. Das wird nichts mehr. Oh, wie schön das hier aussieht. Die sind hier so mitten im Nirgendwo. Die beiden feiern einfach. Oh, bitte sag mal, dass Tabby es noch rechtzeitig zu ihrer Gig-Location schafft. Und Zane ist er. Und er hat auch die Frisur bekommen. Ich werde bekloppt. Ich ändere die mal schnell. Okay, sein Outfit habe ich mal gelassen. Das mache ich später vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und ich mache mal, weil Tabby jetzt doch sehr spät dran ist. Und das wahrscheinlich eine halbe Stunde dauert, bis sie überhaupt losgeht. Deswegen aktiviere ich mal den Relativity-Mod. Weil bis sie hier dann loskommt, ich meine, ich habe das ja rechtzeitig um 8 Uhr oder so beendet. Und sie ist hier einfach immer noch. Und jetzt ist es schon halb. Jetzt müsste ihr Gig eigentlich anfangen. Ei, ei, ei. Oh, 677. Und sie ist zu spät. Oh nein, ich habe deren Umarmung verpasst. Wann mal. Weil Kate geht jetzt gerade einfach auf die Welt. Wo ist sie denn hin? Ich würde es nämlich gerne nochmal sehen. Aber nicht, dass sie am Ende langweilig findet. Äh, wo ist sie denn wahrscheinlich hier? Ja, aber jetzt sitzt sie hier halt auch schon mit ihrer Schwester. Soll einfach mal nach Hause gehen. Ich meine, oder? Er ist ja noch nicht, er ist ja überhaupt noch nicht müde. Er soll mal April auf ein Date einladen. Vielleicht, wir können ja so tun, als ob die das schon vorab abgesprochen haben. Und jetzt sagt er ihr nur, wo? Sollen die irgendwo essen gehen? Ja, komm, die sollen ja einfach mal essen gehen. Also, dass das, dass sie vielleicht schon vorher die Idee hatten. Also, dass sie sich eigentlich schon treffen wollen. Ach so, sie ist jetzt beschäftigt. Wann mal, ich glaube, in 7 Minuten reicht es wahrscheinlich auch. Dann geht er schon mal raus. Und er jetzt praktisch nur abklärt, ob sie jetzt wirklich schon, wann sie mit, also wann sie von der Arbeit nach Hause kommt. Dass sie jetzt fragt so, hey, hast du jetzt gerade Zeit? Und sie so, nee, frag gleich nochmal. Und jetzt können wir sie, glaube ich, nochmal anrufen. Genau, und dann geht doch mal hier essen. Ich hoffe, das ist auch das richtige Gebäude, aber ich glaube schon. Closing time, wo ist sie dann? Oh oh, Tabby, bist du schon drin? Fang bitte hoch. Fang bitte sofort an. Hat sie die Sachen beim letzten Mal stehen lassen? Naja. Okay, genau, jetzt hat sie nämlich Zeit. Go to lot, go out. Ach so, der Park schließt. Ich hoffe, er trifft sich jetzt trotzdem mit ihr. Geh mal ganz schnell da hin, dass er hier aus dem Park rauskommt, weil ich glaube, der Park schließt. Und wo ist, warum ist Zane ganz woanders als Kenneth? Er ist jetzt einfach daheim, ist er jetzt einfach so nach Hause gegangen. Och Mensch, dann geh du auch mal nach Hause. So, und jetzt machen wir das nochmal mit dem Date. Ich meine, vielleicht können die sich ja auch hier nur treffen. Sollte vielleicht auch mal gucken, was Tabby hier gerade so macht. Oh, hier ist eh gerade niemand, um zu gucken. Also, wenn sie jetzt die legendäre Show macht, dann bin ich echt baff. Dafür fährt er jetzt aber. Aber zum Coffeehouse laufen die immer. beziehungsweise da zurück. Obwohl, das ist vielleicht auch ein Ticken weiter als von zu Hause. Oh ja, das hat sich... Nee. Na, keine Ahnung. Also, ich dachte, glaube ich, gerade eben, dass wir es sehen. Äh, Keith. Ach Mensch. Sollten wir mal warten, bis April auch kommt? Ich hoffe, sie versetzt ihn jetzt nicht. Das wäre ja doof. Ich bin so auf Keith konzentriert, dass ich Tabby komplett vergesse. Und mach das mal. Ich gebe jetzt mal... Oder sind hier jetzt Zuschauer? Ja, einer ist da. Ich ignorieren aber jetzt einfach mal, weil ich mal ein bisschen gucken möchte, was Keith so macht. Wo bleibt April dann? Ah, kommt sie da jetzt? Ist sie das? Oh ja, ich glaube, das ist sie. Wird er nicht automatisch... Oh ja, jetzt wird er angesprochen. Sehr gut. Und dann umarmen sie doch mal. Also, was ich vorhin sagen wollte, ist, dass sie das jetzt nicht so... Dass er sie jetzt nicht so spontan, nachdem er mit... Wie hieß sie jetzt? Mit Jamie geplaudert hat. Nachdem er Jamie kennengelernt hat, April angerufen hat und sie noch um ein Date gebeten hat. Sondern, dass sie das schon vorab geplant haben und... Oh, wie süß. Dass sie das schon vorab geplant haben und er sie jetzt nur gefragt hat, ob sie schon fertig auf der Arbeit ist. Und sie deswegen angerufen haben und sie es jetzt ausgemacht haben. Okay, jetzt haben wir beide gerade Zeit. Oh, guck mal, wie sie lächelt. Dann gebe ich auch mal einen Kuss und dann lasse ich die beiden vielleicht mal essen gehen. Und dann... Eat Restaurant... Warte mal. Achso, eat here. Und so haben wir Date. Ist zu kalt für draußen essen. Oh. Aber er ist natürlich trotzdem... Oh, bei... Guck, hier ist nämlich nicht diese romantische... Dieses attraktive Ding. Also, ich glaube, wenn er sie jetzt fragen würde, um... Also, in diesem friendly Ding so... Warte mal, ich kann ja mal gucken. Also, jetzt hier dieses Consider Attractiveness. Ich glaube, dann würde das auch kommen mit 10 von 10. Aber bei den beiden ist das halt automatisch gekommen. Oder er findet sie halt jetzt einfach nicht mehr so attraktiv, nachdem er halt Dings kennengelernt hat. Jamie. Ah, guck mal, da ist sogar Jamies Mutter. Oh, das kommt vielleicht gut, wenn er so... Wenn sie... Obwohl, sie kennt ihn ja noch nicht. Weil sonst würde ich sagen, das kommt ja wahrscheinlich auch gut, wenn sie ihn mit seiner Freundin dann sieht. Aber sie hat das ja auch nicht... Und die beiden haben ja noch nicht romantisch interagiert. Oh, nee. Geh nicht, April. Geht sie jetzt wirklich? Nee, sie geht noch mit essen. Okay. Und danach soll er sie vielleicht mal nach Hause einladen. Emily ist jetzt auch eine Seniorin geworden. Okay. We missed you at the party. Okay. Dann machen wir danach doch einfach nochmal hier... Ach, nee. Das wollte ich nicht. Feuerring. Und zwar... Hier, das einfach mal. Und Sane kann man... Ich hab ja immer noch das Töpfchen. Da kann man auf Toilette gehen. Wie sieht's bei Kenneth aus? Oh, Sane könnte... Weil die sind halt alle noch nicht müde. Obwohl, ich lass ihn trotzdem jetzt mal schlafen schon mal. Und... Mal gucken bei Sane. Guck, da komm ich gleich nochmal. Achso, ich hab die Headlines aus. Die Menschen sprechen sicher auch nicht, ob die irgendwelche Wünsche essen. Obwohl, jetzt ist die Show eh gleich vorbei. Naja. Das ist Tabby's letzte Show als Erwachsene. Glaub ich. Oh, warte mal. Hat sie nicht morgen... Nee, sie hat den zweiten Geburtstag. Okay. Dann schafft sie... Dann hat sie noch eine Show als Erwachsene. Aber hier in diesem Grundstück. Also hier ist es ihre letzte Show als Erwachsene. Dann wird sie auch schon zur Seniorin. Das hat sich jetzt voll gelohnt mit den Headlines. Weil jetzt kann sie eh nicht mehr auf Wünsche eingehen. So lustig. Das ist die Schwester von Jamie. Jamie und der Bruder von 29. Das bringt doch was, wenn die hier befördert werden, glaube ich. Weil sonst hat sie ja 27. Warte mal. Oh ne. Das war nicht ihre beste Show. Naja, egal. Dann sollte sie jetzt aber mal rausgehen. Und nach Hause gehen. Hier ist einfach mal eine Gitarre. Jetzt habe ich schon wieder eins... Ne, die ist müde. Okay. Dann können... Schläft er schon? Oh, er hat sich schon schlafen gelegt. Äh... Na okay, Tabby. Dann weggehen. Dann gehe auch einfach mal schlafen. Oh, er möchte sich gut mit Jamie anfreunden. Süß. Mir fällt gerade auf... Ich habe Zanes Nachnamen nie geändert. Mach ich vielleicht noch. Warte mal, ich will mich mal ganz schnell was machen. Äh, ich mach das mal kurz hoch. Und ich stelle das mal wieder als Eingangstür, weil... Er soll sie mal nach Hause einladen. Wenn sie mal rauskommen würde. Sie ist noch nicht gegangen. Oder ne, das geht. Läuft ja noch. Da kommt sie. Ah, ich muss warten, bis sie rauskommt. Och Mensch. Okay. Dann macht doch mal romantisch. Haltet doch mal Händchen. Und dann mal... Äh, wo ist das Ask to Come... Nee, dieses Come-Over-Dings da? Invite Over, genau. Ich meine, ich hoffe, dass sie jetzt nicht schon müde ist. Aber ihm geht es ja noch gut. Oh, warte mal, dann mache ich die Headlines wieder aus. Ach, wie süß. Ich finde es auch toll, wie ich sage, ach wie süß. Aber auch schon vorhaben. Also, beziehungsweise die beiden nicht für immer zusammen sehr. Oder warte mal, wie sieht sie denn jetzt auch? Das klingt gerade so, als ob ich das voll nach dem Äußerlichen mache. Aber ich glaube, sie ist halt auch mean-spirited. Hat er schon rausgefunden? Nee. Ich überlege gerade. Eigentlich hatte ich nicht vor, die beiden Risky machen zu lassen. Vielleicht mache ich es ja doch. Und dann mal gucken, was passiert. Aber ich traue mich nicht. Ich glaube auch nicht... Ah, na, aber ich würde gerne mit... Ich würde es gut finden, wenn er dann mit Jamie Risky macht. Ich habe einen Plan. Aber es ist doof, bei Sims Pläne zu haben. Die sollen... Gehen die jetzt doch wieder da rein? Ihr macht mich fertig. Jetzt sind die doch wieder da hingegangen. Ach, Mensch. Ich dachte, die gehen dann da rein. Gehen wir da hin? Ist das ihr Alltagsoutfit? Aber kommt sie jetzt automatisch da auch hin? Ah, okay. Sehr gut. Ähm. Ich ändere es. Okay. Das war übrigens ihre formelle Kleidung. Und nicht ihre Alltagskleidung. Und sie kommt rein und guckt nach. Warum müssen die immer reinkommen und stören? Äh, du kannst sie ja mal fragen, ob sie über Nacht bleiben möchte. Okay. Ich vermute mal, dass das jetzt ein Ja war. Genau. Ich möchte mal ein bisschen warten, bis sie jetzt hier weg ist. Weil das stört mich so ein bisschen. Und... Dann mache ich doch mal ein Kompliment über ihr Aussehen. Die starten auch die Interaktion ein bisschen schneller. Und jetzt, wo ich den Relativity Mod an habe. Also, oder halt aktiviert habe. Umarmen sie doch noch mal. Oh, wie süß. Okay. Und dann... Gebt ihr doch noch... Oder haltet doch mal Händchen. Obwohl, die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mit im... Oh. Geht sie jetzt? Ja, okay. Und dann... Dürft ihr mal... Machen wir es jetzt auf Risky oder nicht? Willen wir es mal nicht. Oh, er ist ja Zauberrad. Da bekommt ihr ja auch diese Zauberbox-Dings da. Also, diese Magier-Tricks. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da können die ja auch Techtel-Mächte machen. Das können wir dann mal mit ihm dann auch ausprobieren. Ich glaube, da gibt es auch so eine Belohnung. Also, diese Abzeichen-Dinger dafür. Das wäre mal cool, dann auch auszuprobieren. Vielleicht... Ich glaube, ich nehme das Bild jetzt, wo er erwachsen ist, auch mal wieder weg. Weil das stört mich so ein bisschen. Irgendwie... Ich glaube, das mag... Irgendwie finde ich es auch cool. Aber irgendwie stört es mich auch. Naja. Ich ändere... Ja, das wird jetzt mal nicht. Ich lasse das mal so. Und dann mal gucken, was noch so mit dem beiden passiert. Beziehungsweise, was mit ihm und Jamie passiert. Ich habe eine Idee. Oder einen Plan. Mal gucken, ob das so funktioniert. Weil mit Sims Pläne schmieden, das geht gerne mal schief. Aber ja. Ich werde dann das Video hier an der Stelle auch beenden. Ich schicke die beiden jetzt nochmal... Beziehungsweise... Äh, Keith. Keith schlafen. Und guck mal, wer sonst noch so wach ist. Wahrscheinlich habe ich irgendjemanden... Obwohl, Tabitha ist ja auch ins Bett gegangen. Ja, dann musst du noch eher ins Bett. Dann geh doch mal schlafen. Jetzt könnt ihr auch im selben Bett schlafen. Das ging ja als Teenager nicht. Und ja. Ich beende dann das Video hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehe ich euch im nächsten Video wieder. Tschüss.